Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Heute testen Chiara und ich die neuen Belusachen. Wir haben uns die Belusachen ganz alleine geholt, um uns hier auch alleine testen. Beginnen wir mit Tasty Donut. Okay. Auf dem Fuß. Nein, ich spiele in die Luft. Okay, guck weg, nicht dass wir abgehen. Halt hier nochmal. Guck weg, nicht dass du was abgehen. Oh, das riecht so gut. Nach Donut. Also, die Tasty Donut-Sorte riecht gut, oder? Riecht nach Tasty Donut. Nach frisch gebackenen Donut und fruchtigem Erdbeer-Zuckerwurst riechen. Ja, riecht's auch, oder? Und jetzt machen wir... Coco Cocktail. Und... Weiß mir das auch nicht. Ihhh... Das ist meine Nase. Hm... Der riecht gut, gell? Warte noch mal. Hä? Ich riecht nicht. Willst du nichts? Warte, dann noch deine Hand. Hm? Die kommt auf die gute, oder? Ja, das riecht schon. Schon den Kokosnuss. Jetzt machen wir Fizzy Berry. Okay, komm weg. Wauw. Wauw. Okay, warte halt nicht. Sie riecht. Sie riecht nach Fruchtz... Riech! Eistee. Wie ganz nett. Okay, das Wasser riecht nach Spritze, nach Zitrone. Fruchtig, frisch nach frickender Beeren brausen mit einer Spritze Zitrone. Ja. Also, guck doch noch auf die gute, oder? Gut. Weiter geht's mit... Witsch, witsch, witsch. Pink. Pink Lemon. Pink Lemon. Pink Lemon. Ew. Oh mein Gott. Azituan. Hahaha. Oh god. Hehehe, Hehehe, Hehehe. Ich wäre bei dem andkem Ende. Die Mädels kriegen jetzt Tempus. Ich habe gar nichts in meinem Gehirn. Das machst du. Das wäre jetzt Coco Cocktail. Coco Cocktail in Duscha. Schütteln. Schon aufrecht. Boah! Du hast die Hand gemacht. Die haben uns versaut. Und los! Ja, wo? Du guckst, sieht aus wie ein Schnuller. So meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Okay, lasst uns dann und dann bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.